Hallo, ich bin der Uli Rodenberg von Rodenberg Amplification und ich stehe hier auf der Gitter Summit und die Jungs von Klangfarbe Wien wollen mal wissen, was es für Neuigkeiten hier im Programm gibt. Die Standardpedale kennt ihr schon, die haben Klangfarbe im Programm, den Luke Heather, offizielles Signature-Pedal vom Luke Heather, den kleinen Luke, TB Drive, Tyler Bryant, alles Overdrive. Ganz neu sind meine Hochvoltpedale, das ist der BL800 und der BL Deluxe, den hat Klangfarbe glaube ich auch schon. Der BL800 ist ein Hochvoltpedal, was mit 280 Volt intern arbeitet, extern aber 9 Volt nur braucht. Drin sitzt eine echte Vorstufe, ein echter Verstärker, der dann runtergebrochen wird auf einen Overdrive oder den Solution-Pedal, wie ihr wollt, der vor einem Clean-Amp am besten kommt. Ein ganz neues Pedal haben wir für die Leute, die angezehrte Amps spielen, haben wir hier den Commander. Der hat extrem viel Level, basiert eigentlich auf den Luke Heather Modellen, kann aber doppelt so viel Gain, ist straighter Amp-Sound und wenn ihr einen Black Sea Verstärker habt oder irgendeinen anderen Marshall oder sowas und macht den davor, dann könnt ihr den richtig in den Gain-Bereich schieben. Der wird dabei nie muffig oder kratzig, sondern der schiebt wirklich viel Gain in den M-Prime. Wir haben dieses Jahr noch ein paar Special-Pedale gemacht und zwar die TB-Drive oder den Gas in speziellen Designs, zum Beispiel hier den Fuchs-Kompensator, Zurück in die Zukunft, sehr angesagt oder auch hier Auge und auch den TB-Drive im neuen Design. Die gibt es nur in Limited-Ausführung und da müsst ihr schnell zugreifen, wenn ihr das wollt, sonst sind sie weg. Was wir aber machen, das ist neu. Den Steve Luke Heather haben wir hier in einer Psychedelic-Form gesetzt und von diesem Pedal gibt es weltweit wird es nur 50 Stück geben. Da bin ich sicher, dass da auch ein, zwei zur Klangfarbe Wien gehen und das ist ein echtes Schnäppchen, weil nach 50 ist Schluss, da habt ihr was wirklich Besonderes. Das war's von mir von der Gitter Summit. Ich bin der Uli Rodenberg von Rodenberg Amplification und kauft alles bei der Klangfarbe Wien. Die haben alles auf Lager. Amplification und kauft alles bei der Kast documentary was findet ihr inHubet von VerTeam.